Ja, moin Leute. Ich glaube, ich werde heute mal wieder ein Goku-Faselt-Video machen, weil ich absolut nicht die Muße dazu hatte, irgendwelche Videos vorzubereiten. Und warum das so ist, werde ich euch in diesem Video verraten. Ja, herzlich willkommen in diesem Goku-Faselt-Teil-2-Video, oder wie man das nennen möchte. Ja, warum kein richtiges Video oder was auch immer. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben gesehen, dass ich diese Woche irgendwie Montag, Dienstag irgendwie um halb sechs aufgestanden bin, wenn ich morgens um halb sieben beim Sport bin, damit ich dann drehen kann, sprich Videos drehen, Trainingsvideos und so weiter. Freut euch da nicht zu früh? Ja, ich muss da erstmal reinkommen, wo stelle ich die Kamera hin, damit ich auch das zeige oder das auf der Kamera zu sehen ist, was man dann oder im Video zu sehen ist, was man denn auch zeigen möchte und nicht zum Beispiel, wenn man die Kamera falsch hinstellt, und Bankdrücken filmen will oder schräg Bankdrücken die ganze Zeit seine Plauze filmt, ist auch cool. Ja, so solche Sachen. Also da muss man dann halt erstmal reinkommen. Der nächste Schritt ist, den ich schmerzlich feststellen musste, ist, früher ging das alles mal, da ist man dann halt einfach easy peasy aufgestanden so und dann war man irgendwie so halbwegs leistungsfähig. Man kennt das ja, wenn man nicht so, also wenn man normalerweise nicht um diese Uhrzeit aufsteht und dann wird gleich Leistung abgefordert, die ist dann ein bisschen träge. So, jetzt habe ich natürlich, weil ich so unglaublich übermotiviert war, bin ich am Dienstag dann aufgestanden und bin dann zum Sport gewackelt und habe mir dann gedacht, ich mache mal Reckpuls. Einen kleinen Auszug davon kann ich mal hier einblenden. Ähm, ja, es ist nicht clever, wenn man sich noch so mental müde fühlt, gleich wieder an irgendwelche Gewichte 300 Kilo plus zu gehen. Ähm, merkwürdigerweise, ja, vermutlich hat sich mal wieder meine ISG, also mein Iliosakralgelenk hat sich wohl mal wieder blockiert, also das heißt, ich habe jetzt so hart, nervige Rückenschmerzen, bewege mich wie so ein Opa. Ähm, letzten Endes ist es aber nicht irgendwie Bandscheibenvorfall oder sowas, sondern es ist halt einfach nur, du gehst halt hin, machst den Sport, ähm, bis dann, fühlst dich dann nicht so fit, ja, und bewegst dann Gewicht, was du eigentlich normalerweise relativ problemlos bewegst. hast du halt nicht so den, diesen Biss, keine Ahnung, so, wahrscheinlich schwingt da doch irgendwie noch so dieses so, du denkst, du bist nicht so stark, äh, weil es ja morgens, und, äh, auf einmal bricht die Form, ja, und das ist dann natürlich echt massiv Kacke. Und, äh, ja, ist halt so passiert. Lernt man draus, ne, wird man jetzt halt erst mal sehen. Nichtsdestotrotz bin ich dann relativ zeitig immer ins Bett gegangen, natürlich, hab dann nicht mehr irgendwie, mich noch groß abends in irgendwelche Studien eingelesen oder was auch immer, sondern hab mir, äh, ein, zwei Kommentare gegönnt, ja, und, äh, unter anderem kam häufiger die Frage jetzt, wo die FIBO immer näher rückt, bist du auf der FIBO? Nein, ich bin nicht auf der FIBO. Ich werde auch auf keiner FIBO sein. Ähm, kurz dazu, warum das so ist, ich, äh, die FIBO ist im Prinzip alles, was ich an der Fitnessindustrie hasse, vereint. Also, da werden Leute hingezogen, damit sie irgendeinen sinnlosen Tinnif kaufen, da werden, äh, Leute, die als Besucher dahin gehen, dazu ermuntert, sich auf unnatürlich niedrige Körperfettanteile zu schredden und, äh, irgendwie da zu entwässern für und all so ein Scheiß, ähm, äh, ist nicht meins. Also, ist absolut nicht meins. Dann, wenn ich mir dann vorstelle, dass da die Leute, die man vielleicht sehen will, äh, sind dann halt da irgendwie, musst du, äh, musst du Autogrammkarten bezahlen oder musst du irgendeinen Scheiß kaufen von der Marke in einem bestimmten Wert, damit du überhaupt ein Scheiß-Selfie mit deinem eigenen Telefon mit jemand anders machst. Alter, sorry, ey, aber ganz im Ernst, nee. Ja, wenn ich mir das vorstelle, ey, die Pros sind doch nicht da, wo sie sind, die sind doch nur aufgrund ihrer Fans da, wo sie sind. Und dann da, den Leuten dann nicht da irgendwie ein Scheiß-Foto zu geben, so, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Wie gesagt, ich bin kein Pro, ich, äh, sehe das nicht so, ich verdiene damit nicht meine Brötchen, so, ähm, dementsprechend, wenn ihr jetzt mit dem Thema kommt, weil das habe ich auch schon so Diskussionen gehabt, so in den Kommentaren, wo dann, oder nicht in den Kommentaren, sondern in Nachrichten, wo gesagt wurde, ja, wir sehen uns dann auf der FIBO, da sage ich, nee, sorry, bin ich auf der FIBO, ja, wieso das denn nicht, dann erklärt, warum nicht, und dann, ja, das bist du uns doch schuldig, oder das bist du mir doch schuldig, so, sorry, Alter, aber ich mache hier eine Aufklärung, so, setze mich hier stundenlang hin, äh, dödel immer irgendeinen, äh, Mist da, äh, zusammen, so, damit ihr euch das da nicht irgendwie antun müsst, beantworte eure Nachrichten, äh, kostenlos, alles Mögliche, so, und dann bin ich euch was schuldig jetzt, so, das ist so, da komme ich halt irgendwie voll nicht drauf klar, so, ne, aber gut, äh, anderes Thema. Und der nächste Punkt ist, ähm, ich sehe dann halt so, ja, bringt der Scheiß was, ich habe keinen Bock mir jetzt so 15 Minuten Video anzutun. Ähm, wie gesagt, ihr werdet solche Kommentare nicht mehr finden, solche Leute blogge ich direkt, weil, was soll dieser hohle, schwachsinnige Kommentar, ja, was soll das, entweder ihr interessiert euch für etwas, was ich da vorstelle, wo ich definitiv mehr als 15 Minuten investiert habe, damit ich das vorbereite und aufbereite, damit das jemand versteht, so, in 15 Minuten, ähm, oder ihr macht es eben nicht, weil ihr euch nicht dafür interessiert. Letzten Endes, mir ist das scheißegal, Alter, spart euch doch solche Kommentare, wenn ihr es nicht gucken wollt, dann guckt es nicht, wenn es euch zu lange dauert, dann dauert es euch zu lange so, und dann guckt halt was anderes, interessiert doch keine Sau, ja, warum muss man dann so einen Kommentar drunter schreiben? Ähm, ja, also, wie gesagt, das ist halt so, äh, so das, was so hängen bleibt, ne, es bleibt ja immer viel so diese Negativität hängen, ähm, was denn da drin steht, aber nicht wundern, wenn man eure Kommentare nicht mehr sieht, ich blogge solche Leute. Also ich lösche nicht nur den Kommentar, wenn es einfach nur so ein holer Kommentar ist, den lösche ich dann, äh, wenn es einfach nur so ein sinnloser Scheiß ist, so von irgendeinem gesichtslosen Fatzke, so der, äh, ja, wie gesagt, es gibt ja dieses Meme mit diesem, ne, im Internet solche Eier, und dann im Real Life, so siehst du diese, äh, Tastatur Cowboys nicht so, und dementsprechend, ihr müsst euch nicht wundern, warum man euch nicht mehr sieht, ihr werdet gebannt, und dann ist gut, könnt ihr keinem anderen mehr auf den Sack gehen mit diesen Kommentaren, so, also zumindest nicht auf meinem Channel, und, äh, dann ist das auch durch. Der nächste Punkt, was, äh, was ja eigentlich Bezug nimmt auf diese unglaublich langen 15, 20 Minuten Videos ist, ähm, ich erzähle was über Supplemente. So, im Normalfall entweder, ob das Supplement irgendwas kann, oder irgendwas nicht kann. Normalerweise beziehe ich das auf irgendwelche Studien, außer jetzt bei solchen Sachen wie Kreatin, weil das ist halt, ne, ich glaube, da habe ich noch keine Studien irgendwie angehängt, bin ich jetzt nicht mehr sicher. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dann kann man sagen, okay, bringt das was, bringt das nichts. Bringt das was für meinen Anwendungsfall, was für ein Problem habe ich, ne, also, könnte mir das was bringen. Ich habe eine Krankheit, ich habe, was weiß ich, Testosteronmangel, ich habe dies, ich habe das, so, könnte mir das was bringen. Okay, in dem Video wird irgendwas angesprochen, wird eine Studie angesprochen, unten drunter sind die Studien verlinkt, klicke ich an, lese ich mir durch. Wenn ihr das nicht machen wollt, ja, dann geht doch los und, äh, fress das, was die Industrie euch hinstellt, als so toll und was euer Problem bekämpft, ja. Und, äh, wie gesagt, ich, das ist halt aufklären. Wenn ihr diese 15 Minuten, 20 Minuten nicht aufbringen wollt, wenn ihr dann euer, ihr tatsächlich ein Problem habt und euch dann diese Studien nicht angucken möchtet, um euer Problem unter Umständen selber in die, in die Griff zu kriegen, dann ist das nicht mein Problem. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, der Körper ist das Einzige, was ihr habt auf dieser Welt. Ja, ihr kommt nackt auf die Welt und ihr geht nackt von der Welt. Alles dazwischen ist schön und gut, ja, aber wenn ihr jetzt, was weiß ich, ein paar hunderttausend Euro verdient, dann können die auch morgen wieder weg sein. Ja, das weiß ich, ihr werdet überfallen, ihr werdet dies, ihr werdet, ihr verliert das Geld, ihr werdet, was weiß ich, spielsüchtig, irgendein Scheiß, ist morgen wieder weg. Körper habt ihr morgen immer noch. Ja, und deswegen ist es halt eigentlich schon sehr sinnvoll und deswegen kann ich nicht verstehen, wie Leute dann immer, klar, zum einen ist es Unwissenheit, zum einen ist es Gewohnheit, warum man halt so, ich sag jetzt mal, zum anderen ist es viel Bequemlichkeit, so Fertigessen isst oder so, also so Convenience Food, also so fertig vorpräparierte Nahrung, zack, hier, Ofen an, Mikro an, was weiß ich und fertig. Ähm, aber wenn man dann diese Fitnessgeschichte machen möchte, dann wäre es doch eigentlich schon mal ganz sinnvoll, zu sagen, ich gucke da hinten mal drauf, was da so drin ist und wenn ich die Hälfte von den Inhaltsstoffen da drauf nicht verstehe, ja, dann, ja, ist vielleicht nicht so sinnvoll, sich das in den Körper zu schrauben oder halt vielleicht mal nachschlagen, was denn diese Inhaltsstoffe sind. Und das ist, ich will, dieser Kanal ist ja nicht dieser normale YouTube-Kanal, dieser Bimmelbammel, äh, Hickhackhuck, so irgendwas für Leute mit irgendwelchen, äh, äh, Klatschen irgendwie, wenn ich mir das angucke, da mit dieser ganzen zusammengeschnittene Hickhack-Scheiße, so was dann halt irgendwie 200, 300.000 Follower hat, sondern das ist halt einer von diesen Kanälen, die euch dazu bringen wollen, selber zu denken. Ja, ich weiß, das ist für viele schwer und das ist auf YouTube eigentlich auch unverständlich, ähm, sondern YouTube ist ja, und da muss man nicht sagen, YouTube ist nicht eine tolle Videoplattform, wo man lustige Katzenbabys sieht oder sowas, YouTube ist ein Marketing-Instrument, ja, Leute auf YouTube, ähm, nutzen das, um Geld zu verdienen. So, das ist so, also sehr, sehr viele, ne, also die relativ großen Dinger, was dann halt so wirklich durchstrukturiert ist, äh, da steckt natürlich eine Menge Geld hinter und dementsprechend wird da halt viel verkauft. Ja, und, äh, natürlich ist es, äh, für irgendwelche Leute, die ihren Lebensunterhalt davon bestreiten, verkaufen irgendwas. So, und wenn sie dann von irgendwem gesponsert werden oder von irgendeinem Vertragspartner haben, das ist auch der Grund, weswegen ich keine Sponsoring-Anfragen annehme, so, also auch nochmal an alle Leute, die jetzt auch in der Vergangenheit wieder geschrieben haben, nein, mache ich nicht, weil ich will nicht irgendwie sagen müssen, ich vertrete jetzt den. So, oder ich vertrete jetzt den. Das ist halt, Punkt. Was soll das? Ja, natürlich ist die Marge da höher und da verdient man ja so viel und bla, aber es ist mir relativ hupe. So, und, ähm, wenn ich das auf eine Stufe stellen müsste, wenn ich jetzt sagen müsste, ich möchte jetzt, ähm, ähm, euch erklären, wie etwas funktioniert oder euch irgendwie sagen, ähm, dass, ja, ja, euch selber dazu zu animieren, dass ihr euch mehr mit dem Thema beschäftigt und mehr, euch, ja, mehr so ein Gefühl dafür kriegt, ist das jetzt sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll, wie geht man an Sachen ran, wann fange ich an zu googeln, okay, wann komme ich jetzt nicht mehr weiter, was mache ich, wenn ich nicht mehr weiterkomme und so. Das ist dann so, wenn ich das auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite soll ich auf einmal irgendein Firnefanz-Produkt verkaufen, weil das mein Sponsor von mir gerne hätte, das passt ja nicht zusammen, ja, so, und das ist halt der Grund, weswegen ich dann sage, ja, was soll das, ne, also, so, es ist, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, äh, ich würde zu Sponsor XY gehen, dann würde ich da auch nur die Produkte vertreten, ähm, die erstens Nutzen haben und zweitens margentechnisch, also nicht margentechnisch, aber so, so, ähm, Kaufpreisoptimiert sind. Ihr wisst, ich bin Sparfuchs so, also werde ich jetzt nicht hingehen und irgendwelche Weider-Proteine verkaufen, auch wenn die, was weiß ich, noch so toll sein sollen, ähm, ich gucke mir dann halt immer, was weiß ich, äh, einen Steve Bentin an, der wächst auch mit ESN, ja, so, fertig. Und, äh, warum soll man dann halt mehr Geld ausgeben, so, aber das ist halt meine Mentalität, wenn andere Leute sagen, ich möchte dafür mehr Geld ausgeben, weil, was weiß ich, das schmeckt mir besser, oder das ist hier, ne, so, das ist ja die Diskussion, dann sollen die das machen, aber ich mach's nicht, ja, und, ähm, ja, da sind wir halt dann wieder bei dem Punkt, wo man dann sagen muss, ähm, fangt an, selber zu denken und deswegen müsste man sich dann halt auch ein bisschen mehr mit diesen Themen beschäftigen. Klar kann ich hingehen und sagen, hier, äh, Cordyceps, Testo-Booster, äh, Studio unten drunter, äh, Tschüss. Und, so, und dann wäre das so ein Drei-Minuten-Video. Aber es hat ja noch so viel mehr Sachen, ich nimm's ja jetzt auch nicht als Testo-Booster, ich nimm's ja wegen meiner Lunge, so. Ähm, genauso wie ich ein OPC nicht als Antioxidant, also auch, natürlich so, aber es, äh, sondern halt, um das Blut dünner zu kriegen. Und das ist dann halt was, wo ich, ähm, klipp und klar sagen muss, ähm, ja, wenn ihr das nicht, wenn euch das nicht interessiert, was ihr in euren Körper schaufelt, dann seid ihr auf diesem Kanal falsch und dann seid ihr auch irgendwie im Fitness falsch, ja. Natürlich funktioniert das und ich weiß, alle, äh, alle wollen ja den Sys-Lifestyle leben, so. Der Sys-Lifestyle, was der Sys-Lifestyle für mich ist, ist nichts anderes als sich mit Medikamenten einen Körper aufbauen, der, pff, Durchschnitt ist, so, der ist noch nicht mal schwer natural zu erreichen, ähm, ähm, der Party machen geht, so, auf, glaube ich, so ziemlichen, alle chemischen Drogen unterwegs ist, die so, die so laufen, so, ähm, und das eigentlich alles nur vor dem einzelnen Ziel Party machen und irgendwelche Frauen zu ballern, so. Das, das ist so das Ding und das hat halt in meiner Welt nichts damit zu tun, so. Also das eine ist halt gesundes Leben und tatsächlich auch irgendwie gesund alt werden und das andere ist halt, ja, Sys-Lifestyle, ne, also der ist dann, eigentlich nicht mehr am Leben, ja, und, äh, das ist halt dann der Punkt, wenn man dann halt auch diese ganzen Wechselwirkungen zwischen den ganzen Medikamenten irgendwie nicht so versteht oder Medikamenten und Betäubungsmitteln und warum funktioniert was und sowas, das ist halt ein relativ gefährliches Pflaster, so, und wenn man sich dann halt nicht damit beschäftigen möchte, dann muss man halt damit leben, dass man irgendwann vielleicht nicht mehr lebt, ja, und, ähm, mein Ziel ist es halt, dass ihr halt so von alleine sagt, wenn da jetzt jemand irgendwann kommt und euch einen super Prohormon hinstellt, dass ihr sagt, Moment mal, das gucke ich mir erstmal an, wie, was ist das so und ba, ba, ba und so und dann halt vielleicht auch von alleine mal auf Prohormone DB kommt und dann sagt so, ach so, zack, zack, zack und so, ne, so, das wäre so der wünschenswerteste Ansatz, so, aber, ähm, ja, die Vergangenheit hat gezeigt, das klappt natürlich leider nicht so, ähm, ja, wie gesagt, Inhaltsstoffe einfach mal googeln und dann, äh, kommt man schon irgendwie drauf klar. Ja, das soll es soweit gewesen sein, äh, deswegen, also, dieses Video kommt ja jetzt halt ein bisschen später, es kommt halt nicht wieder um Punkt 18 Uhr, sondern, äh, keine Ahnung, je nachdem wann ich fertig werde und das dann noch mit Prärendern und sowas so, aber, ähm, ich hab mir gedacht, ich mach trotzdem ein Video, obwohl, ja, ich halt irgendwie mit dem Rücken irgendwie schiefstehe, bla, alles so ein bisschen nervig ist, aber, ja, kein großartig vorbereitetes Video, wo ich dann zwei, drei, vier, fünf, je nachdem, was für ein Thema ist, Stunden investiere, um hier auch die ganzen Studien anzutun und sowas, sondern einfach mal nur wieder so ein Palabra-Gelaber-Video, ähm, ja, leider auch wieder ein bisschen länger geworden, so, aber falls es euch aufgefallen ist, falls ihr den Adblocker mal ausmacht, bei mir sind nicht 10.000 Werbungen drin wie bei anderen YouTubern, ähm, ja, wie dem auch sei, ich bin halt, ja, jetzt ein bisschen genervt, also ein bisschen genervt wegen Job nervt, Sport nervt gerade, diese Scheiße habe ich mir eigentlich selber angetan, das heißt, man ist ein bisschen angepisst wegen sich selber, so, und das eigentlich nur, weil ich morgens mir diese Scheiße angetan habe, damit ich irgendwelche Videos drehen kann im Fitnessstudio, ja, also, so, hat man da nicht so wirklich Bock drauf. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, gibt immer wieder Rückschläge im Leben und, äh, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich irgendwie meine Beine wieder vernünftig voreinander kriege und, ähm, dann geht es auch wieder mit dem Sport weiter und vielleicht habe ich auch irgendwann Motivation, mich tatsächlich mal wieder ein paar Stunden hinzusetzen, um mir irgendwelche Studien anzutun, ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, das sollt soweit sein, in diesem Sinne, achtet auf eure Scheißgesundheit, fangt an selber drüber nachzudenken, was ihr da in euch reinschaufelt, lest vielleicht mal ein paar Inhaltsangaben und, äh, wenn da irgendwas draufsteht, was ihr nicht kennt, nicht einfach ignorieren, mal durchlesen, dann mal ein bisschen über die Stoffe informieren, schadet nicht, ja, schadet nicht. Also, wie gesagt, ich, es ist auch nicht mein tägliches Brot so, aber es ist schon relevant und interessant vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen durchsteigt, wie das alles funktioniert und, ähm, ja, was dann halt alles wie zusammenwirkt. In diesem Sinne, hau da rein, ähm, und, äh, ich muss es erstmal wieder werden, aber ihr bleibt geschmeidig. ich muss es. Vielen Dank.